Hallo Marius. Back to the Roads. Das vergesse ich nicht. Ilya Dragunov erklimpt den Käfig. Nur noch ein kleiner Schritt. Aber was ist das? Mario Salahni stellt sich ihm in den Weg. Das kostet Ilya Dragunov hier den Sieg. Torpedo Moskau. Cover. Abgelenkt von Mario Salahni. Ein zweites Mal um den Sieg gebracht. Al-Ani und Dragunov treffen aufeinander. In einer Stadt, die im Ganzen hinter mir steht. Und zwar bei True Colors. In meiner Heimatstadt. Dresden. Torpedo Moskau kann nicht kommen. Marius Al-Ani, den nicht zu suchen hat. Und nein, die rote Flut. Ilya Dragunov sieht rot. Als kostet es Dragunov hier den Sieg. WXV Unified World Wrestling Championship jetzt hier im Main Event. Steht auf dem Spiel. Mario Salahni gegen Bobby Gantz. Und was ist das? Halten wir fest? Auf jeden Fall kein Titelwechsel. Ich habe mit beiden von euch noch eine Rechnung offen. Bei True Colors gibt es ein Three-Way-Dance. Ilya Dragunov, Mario Salahni, Bobby Gantz. Um die WXV Unified World Wrestling Championship. Bobby Gantz! 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 Tiny Lady Ratterier! Bobby Gantz! gettingutar! Bobby Gantz! everybody anybody